Unser Classic Run in der neuesten Version präsentiert sich mit verbesserten neuen Eigenschaften. Zum einen ist es die Hexer for Grip Sohle von Otto Körting aus Hameln. Zum anderen ist es unsere neue Fräsung der Mittelsohle aus einem bewährten, hochwertigen EVA-Plattenmaterial, das eine gleichmäßige Dämpfung garantiert und eine hohe Dauerelastizität hat. Nebenbei bemerkt, viele Wettbewerber haben Schaumsohlen am Start, die nach 500 Kilometern bereits die Masse ihrer Federungseigenschaften eingebüßt haben. Nicht so unsere Materialien. Grundsätzlich bei unseren Schuhen ist die Federung das allerletzte, was er verliert. Dieser Schuh zeichnet sich jetzt auch durch ein überarbeitetes Obermaterial aus und hat eine sehr punktelastische Passform, gute Belüftung. Wir haben sehr hochwertige Materialien hier am Start und wir sind stolz darauf, diesen Schuh seit 13 Jahren in immer wieder veränderter Version herausgebracht zu haben. Wenn Sie in den Schuh hineinschlupfen, fällt Ihnen vielleicht als erstes auf die gute Passform, bedingt durch die ausgekleidete Fersenkappe. Durch eine Fersenkappe, die von halber Größe zu halber Größe wächst, anders als bei anderen, die für anderthalb Nummern die Größe der Kappe festlegen, haben wir hier ein ganz gleichmäßiges Mitwachsen mit der Größe des Fußes. Dazu noch ein Fußbett, was einen sehr hohen Komfortwert hat und die Kräfte gleichmäßig über den Fuß verteilt. Ein Schuh mit einer Stabilitätsfunktion, den es auch gibt in der neutralen Variante und der in keinem Schuhsortiment fehlen sollte, weil man sich einfach sehr gut auf ihn verlassen kann. Viel Spaß damit!